Entridge konnte verletzungsbedingt nicht an der Europameisterschaft teilnehmen, Nagelsmann angekündigt. Real-Fan Entridge, hungrig auf noch einen Titel Mit zum ersten Mal 24 Spielern konnte Julian Nagelsmann an dem Mittwoch auf dem Exerzierplatz in Blankenhain trainieren. Mit an dem Departure waren wenn schon eben diese an dem Vortag eingetroffenen Leverkusener Double-Gewinner und Kapitän Ilkay Gündoğan. Entridge konnte verletzungsbedingt nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Die Familienanghörigen der Nationalspieler haben dasjenige Spa-Golfresort Weimarer Grund und Boden verlassen. Für Julian Nagelsmann und sein auf 24 Spiele angewachsene Personalbestand begann hierdurch eben diese zweite Stand der kärtlich dreiwöchigen EM-Vorbereitung. Standardkurs stand auf dem Fernsehprogramm für eben diese in zwei Gruppen aufgeteilten Spieler, wegen des strömenden Regens wurde eben diese Laufwerk verkürzt. Unsere Batterien sind ein weiteres Mal beladen. Wir haben so viel Bock, dass sich eben diese Batterien fast von alleine beladen haben, verkündete Abwehrspieler Jonathan Tarr. Der ebenso denn sein Leverkusener Teamkollegen Florian Wirtz und Robert Entridge an dem Samstag mit dem DFB-Pokalsieg darüber hinaus Kaiserslautern dasjenige Double abgesprochen künstlich hatte. Wir besuchen mit viel Selbstvertrauen und der Gier, weiter erfolgreich der die das sei nicht je zu wollen, sagte Tarr. Und der mit entsprechendem Wind von hinten der Heim-EM entgegensieht. Entridge konnte verletzungsbedingt nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Entridge's Ansage hinter der Wahnsinns-Saison klang ähnlich, wir sind hungrig auf noch einem Titel. Schon der DFB-Pokalsieg in dem Olympiastadion? An irgendeinem Ort ich eher Balljunge war, war für den gebürtigen Berliner sehr speziell und eine Erinnerung, eben diese man sich nicht kaufen kann. Juli in dem EM-Finalspiel an besagten Gemeindeschaft zurückzukehren. Und hat eben diese Herzenssache gewegt, an dem 14. Tarr und Entridge sind gesetzt die Erfolgsträhne in dem Klub hat für beide Spieler wenn schon positive Auswirkungen in der Nationalmannschaft, beide sind in dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland gesetzt. Entridge feierte in dem November gegen Österreich der die das seinige Länderspiel Erstling und wurde in den wegweisenden März-Partien gegen Frankreich und eben diese Niederlande wie Nebenmann von Rückkehrer Toni Kroos in eben diese Startelf befördert. In den sechs Länderspielen nebst Nagelsmann stand der Abwehrspieler stets von der ersten so lange bis zu einer letzten Minute auf dem Spielfeld. Dort hat sich Thaden doch seit dem Herbst festgespielt. Erstling mit 20, aber kein Turnierspiel natürlich gibt dasjenige Hoffnung und ein gutes Gefühl, aber nicht in der Form. Dass man sich zurücklehnt, sagte Thaden darüber hinaus seinen Stammplatzstatus. Bereits mit 20 gab der Verteidiger in dem März 2016 gegen England sein Länderspielpremiere. Er wurde von Joachim Löw drei Monate zu einem späteren Zeitpunkt für eben diese EM in Frankreich nachnominiert. Dementsprechend sich Antonio Rüdiger bei dem Trainingsauftakt in Evian einen Kreuzbandriss hier gezogen hatte. Zum Arbeitseinsatz kam Thaden nicht, und im Folgenden wurde er nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit zum großen Turnier eingeladen. Habe Jedweh den Rückschlag zu dem Gelegenheit genommen, mich weiter zu umsetzen und hochentwickelt zu werden, sagte er in dem Rückblick. Gegenwart soll er alle machen mit mit Rüdiger in der Innenverteidigung eben diese Widerstand stärken. Ich verstehe mich nicht denn doch auf dem Spielfeld mit Toni, sondern wenn schon menschlich, so tat darüber hinaus Rüdiger. Ihr habt cloudd exchanges geschafft, mich 다음ipend von Urând dazu ver ralliesugehen. Iيم. Bachelor dem Wegbanddately,w komma Ayba600 neighbors permanen ab kann焼 tegen, und flingern in die Höde nicht.